Einer weniger, drei weniger. Ihr wisst, wohin das führt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind hier jetzt bei Tag Nummer 4, ein paar zerquetschende, und es hat sich vieles getan. Wir sind aus dem Bündnis LO-T ausgestiegen und sind jetzt mit in dieses Bündnis hier rein. Und haben dort mit dem Leader alle Leute rübergeholt, die meisten jedenfalls. Und jetzt läuft das hier auch deutlich flüssiger und schneller. Zentralfestnung steht bereits, und wir haben auch bereits viele, ein bisschen was an Gebiet gemacht. Zudem sind wir einer Familie beigetreten, und zwar von WR. WR hat hier in der Zone das Sagen, und die werden auch das Sagen in der Zukunft hier in der Zone haben. Je nachdem, wie groß die werden, werden die vielleicht sogar es schaffen, in Zone 3 zu kommen. Also hier in die Mitte, und dort dann auch vielleicht in den Tempel kommen, oder ähnliches. Aber das wird sich zeigen, mit der Zeit. In unserer Stadt hat sich auch einiges getan. Ich habe euch ja beim letzten Video gesagt, ich melde mich zurück, wenn ich Rathaus Level 16 bin. Und das bin ich jetzt auch, wie ihr sehen könnt. So, mit Rathaus Level 16 tut sich ein bisschen was mehr, und zwar ihr bekommt ein Gebäude dazu, was ziemlich, ziemlich geil ist. Nämlich die Schmiede. Und jetzt bekommen wir mit eure Kommandanten Ausrüstung. So, Ausrüstung seht ihr bei den Kommandanten hier auf der rechten Seite, links. Hier bei Zunzu ist es neben Infanterie. Und dort könnt ihr drauf tippen, und dann könnt ihr diesem Kommandanten Ausrüstung anlegen. Wenn dieser Kommandant in eurer Stadt ist, ist mein Zunzu jetzt gerade nicht. Er steht ein paar Meter daneben. Ihr könnt ihm hier Ausrüstung anlegen. Da komme ich aber gleich nochmal darauf zurück. Das kann ich euch schon einmal zeigen. So, wenn wir jetzt hier auf die Schmiede drauf gehen. Die Schmiede können wir nicht leveln. Die hat ein Standardlevel, wie manche anderen Gebäude auch. Wenn ihr hier in die Mitte geht, könnt ihr hier sehen, was ihr alles für Rüstungsteile schmieden könnt. Wir haben hier einmal, ihr braucht für das Schmieden braucht ihr Blaupausen. Das sind diese Teile hier. Ups. Das sind diese Teile. Und ihr braucht dafür Materialien. Und Gold. Viel, viel Gold. Je nachdem, was ihr schmieden wollt, braucht ihr viel Gold. So. Auf der rechten Seite hier seht ihr die Attribute, die verbessert werden bei eurem Kommandanten. Beispielsweise bei meinem Zunzu würde ich jetzt, wenn ich dieses Schild hier schmieden würde, Infanteriegesundheit plus 8 bekommen. Das ist sehr, sehr gut. Bei diesem hier, das sind die windgepeitschen Stiefel, bekomme ich diesen Bonus hier oben. Plus, wenn ich zwei Stücke von diesem Set habe, bekomme ich Truppenangriff plus 2%. Wenn ich vier Teile von dem Set habe, bekommt man sogar 4%. So. Wo seht ihr denn, was alles zu dem Set gehört? Das seht ihr hier unten. Hier haben wir ganz viele verschiedene Sets. Das sind aber alles Goldene. Darauf solltet ihr euch am Anfang überhaupt nicht fokussieren. Also das ist, wenn ihr viel, viel Geld reinsteckt, dann ja. Ansonsten macht das keinen Sinn. So. Für den, äh, das hier sind die ganzen verschiedenen Sets. Hier sind wir jetzt auch schon im epischischen Bereich und im seltenen Bereich. Und hier ist das windgepeitsche Set. Wenn ihr euch dazu entscheidet, auf Bogenschuh, auf Kavalerie oder auf Infanterie zu gehen, dann ist dieses windgepeitsche Set am Anfang ein absolutes Muss. Denn es pusht jeweils eure Kavalerie-Truppen und eure Infanterie-Truppen. Das heißt, es ist, ähm, beides, äh, äh, ist beides komplett gleich. Ne? Für Infanterie und auch für Kavalerie. Wenn ihr davon alle vier Teile habt, dann habt ihr ein Marschtempo von 4%. Das ist sehr, sehr gut. Nun habt ihr also diese Teile und ihr könnt einem Kommandanten, ähm, bis zu... Acht Ausrüstungsteile anlegen. Sechs Stück, ähm, als ganz normale Ausrüstungsteile, wie wir hier sehen. Und zweimal Schmuck. So, ihr könnt, ähm, da komme ich jetzt gleich nochmal darauf zurück. Schmuck, ähm, kann man, ähm, erstellen. Man kann das aber nicht doppelt verwenden. Also man kann nicht zwei Teile schmieden und die beide gleichzeitig nutzen. Diese Ausrüstungsteile, die könnt ihr auch nur für einen Kommandanten nutzen und nicht für zwei Kommandanten gleichzeitig. Ihr könnt die, ähm, Ausrüstungsteile an andere Kommandanten anlegen. Das ist richtig. Das geht aber halt nur, wenn beide Kommandanten auch bei euch im Haus sind. Jetzt seht ihr hier bei meinem Ausrüstungsteil, was ich hier habe, dass ich so ein kleines Symbol hier unten habe. Das bedeutet, ich habe ein Talent da drauf bekommen. Und dieses Talent bewirkt, dass ich 30%, ähm, Bonus draufkriege auf meine Attribute, die ich habe. Das sind hier bei meiner Infanteriegesundheit 2% mehr. So, dieses, ähm, Spezialtalent, was ihr da bekommen könnt, das, äh, zeige ich euch gleich einmal. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken, dass ich auch genug, äh, Materialien habe, um ein, ähm, Teil zu schmieden. Das kann ich ja einmal live mit euch machen. Und zwar gehen wir hier auf das Rechte. Und dann seht ihr hier, könnt ihr, ähm, Dinge schmieden. In der Regel, ähm, würde ich am Anfang gerade empfehlen, jedes Teil zu schmieden, was ihr da haben könnt. Ähm, jedes, äh, von jedem Teil, was ihr da schmieden könnt, bekommt ihr 15 Stück. Ähm, und die dauern drei Stunden lang. So, je nach VIP-Level kann man das später erhöhen. Ähm, da müsst ihr aber schon recht hoch, hohes VIP-Level haben. Und die kann man dann hier auch nochmal aufwerten. Man hat hier die Basics, also das Basis, äh, Ding. Dann hat man hier vorher das Normal, ne, dann hier, ähm, Seltene. Und dann gibt es auch noch Lilane und Goldene. So, ich sage einfach Grau, Grün, Blau, Lila, Gold. Das passt dann. So, ihr könnt, äh, diese Grünen nur bekommen, indem ihr die, ähm, die, die, die weißen, Grauen, ähm, aufwertet. Und da geht ihr unten auf Kombinieren. Vier Stück sind ein grünes Teil. Vier Grüne sind ein blaues Teil. Und so weiter und so fort. Das geht dann bis, ähm, Level Gold. So, hier habt ihr Blaupausen. So, Blaupausen, ähm, das sind diese Teile, die bekommt ihr durch verschiedene Sachen. Unter anderem durch die, äh, durch Schlüssel, die ihr hier bekommen könnt. Da zeige ich euch gleich nochmal, wie diese Schlüssel aussehen. Das, äh, ist ein neuer Schlüssel, der in der Taverne hinzugefügt wird. Und das auch, wie gesagt, erst ab, ähm, Rathaus Level 16. Ihr braucht für ein Teil, ähm, um es voll zu schmieden, braucht ihr 30 Blaupausenteile. Ihr könnt aber auch Glück haben und ein komplettes Blaupausenteil ziehen. Also eine komplette, eine komplette Blaupause ziehen. Dann braucht ihr natürlich keine 30 Stück, dann habt ihr die voll. Ne, das kann man in der, äh, in der Taverne ziehen. So, und die sind Grundvoraussetzungen. Wenn ihr keine Blaupause habt von einem Teil, dann könnt ihr dieses Teil auch nicht schmieden. So, wenn ihr eine Blaupause habt, braucht ihr auch die Materialien noch dazu, um das Ausrüstungsteil schmieden zu können. So, dann haben wir hier auf der linken Seite auch noch einen weiteren Punkt. Und da könnt ihr, ähm, Teile zerlegen. Und das Zerlegen von einzelnen Materialien kostet euch aber, ähm, Gold. Das ist je nachdem, was ihr zerlegt, ähm, wie hoch die Stufe ist, ist das aber hier unterschiedlich. Ne, hier sind es nur 20.000, da sind es schon 100.000. Und, äh, das geht noch deutlich höher. Na, wenn ihr dann, äh, Goldene oder Lila, äh, Lila Teile, äh, zerlegen wollt, das dauert deutlich mehr. So, es, wir haben hier auch Tierknochen. Ähm, es gibt, äh, diese vier, äh, Kategorien. Leder, Eisenerz, Tierknochen und, äh, Edelholz, äh, Ebenholz. Und die Tierknochen sind nur dazu da, um, ähm, eure Sammler quasi auszurüsten. Für was anderes braucht ihr diese Teile nicht. Es gibt kein Ausrüstungsteil, was für eure, ähm, Kommandanten ist, die ihr auf dem Feld nutzen könnt. Sondern wenn überhaupt nur für, ähm, Sammler. So, ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie man, ähm, Teile, ähm, erstellen kann, beziehungsweise schmieden kann. Ähm, und wie man diese dann veredeln kann. So nennt sich das. Deswegen muss ich jetzt mal gucken, dass ich mir ein paar Teile hier mache. Zurücksetze. So, das sollte jetzt erstmal reichen. Jetzt gehen wir hier auf Zurück. Also schließen das Ganze. Und wenn ich jetzt hier in die Mitte gehe, sehe ich auch schon, dass ich nichts schmieden kann. Okay, was möchten wir denn mal schmieden? Ich gehe ja hier auf Infanterie, wie ihr ja mitbekommen habt. Und deswegen, ich möchte jetzt mir beispielsweise die Hand, äh, beziehungsweise den Handschuh machen. Und wie man sieht, werde ich dafür noch ein bisschen was brauchen, nämlich 60 Teile. Ihr bekommt natürlich für gewisse Dinge, die ihr in der, ähm, Spiele macht, ähm, Erfolge. Die natürlich immer gerne mal mitnehmen. So, 60 Stück für euch. Und die habe ich jetzt. Ihr bekommt durch verschiedene, ähm, Aufgaben, bekommt ihr diese, äh, Materialien, ähm, ebenfalls. Da gibt es unter anderem, ähm, hier, das ist so ein Valur, der hier erscheint. Den müsst ihr töten. Dann, äh, bekommt ihr da meistens auch etwas, ähm, an, äh, Materialien. Unter anderem gibt es da aber auch gewisse Events, wo ihr die bekommen könnt. Noch zusätzlich, ähm, dann gibt es diese Schlüssel. Diese Schlüssel gibt es in der Taverne. Das zeige ich euch auch nochmal ganz kurz, bevor wir es zum, äh, Schmieden gehen. Und das sind hier diese auf der rechten Seite. Oben seht ihr das auch. Ich habe jetzt aktuell 0. Deswegen kann ich euch das, äh, nicht unbedingt, äh, vorführen. Das kostet 1000 Gems. Das, äh, würde ich jetzt nur sehr ungerne machen. Beziehungsweise ich mach's mal. Ähm, aber. Achtet immer darauf, ob ihr nicht die Möglichkeit habt, irgendwo, das günstiger zu bekommen. Wenn ihr was günstiger haben wollt. So, hier kriege ich zum Beispiel keine Schlüssel. Ich war mir aber sicher, dass man irgendwo auch günstiger Schlüssel bekommen kann. Vielleicht hast du hier nochmal. Dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. So. Wir erstellen uns jetzt einmal diesen Handschuh hier. Schmieden. Und jetzt habe ich diesen Handschuh. So, jetzt gehe ich, ziehe ich meinen, ähm, Sun Tzu nach Hause. Und ich habe hier unter anderem jetzt gerade auch ganze Blaupausen bekommen. Mal hier gucken. Ne, die habe ich schon direkt in meinem Inventar. So, Sun Tzu ist jetzt zu Hause. Jetzt gehe ich auf mein Sun Tzu drauf. Und da wird mir das auch schon mit einer Einser angezeigt. Da geht er drauf. Und dann könnt ihr den Handschuh ausrüsten. Zack, habe ich getan. Jetzt könnt ihr hier auf veredeln gehen. So, bei veredeln, braucht ihr nur, ähm, Gold und eine Blaupause, um es zu veredeln. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, sehen wir, wir haben eine Chance, ähm, 25 von 100 zu kriegen. 30, ähm, für 50, 30 für 75 und 11% für 100. Dann gucken wir mal, wie gut unsere Chancen heute stehen. 25. Hippi. Wenn ihr das auf 100 habt, könnt ihr ein Special Event, äh, Special Talent auswählen. Da ist es dann wichtig, dass ihr das auswählt, wofür es dann auch gedacht ist. Sprich, Infanterie, Verteidigung. Wählt ihr dann natürlich Infanterie aus. Wenn ihr den Kommandanten, wenn ihr das Ausrüstungsteil für einen Kavaleriekommandanten machen möchtet, dann wählt ihr dort Kavalerie aus. Und so weiter. Ne, das ist immer wichtig. Ähm, hier könnt ihr immer gucken, woher könnt ihr diese Teile bekommen. Hier zum Beispiel die Taverne. Taverne bedeutet die Schlüssel, die da sind. Das sind jetzt aber erst einmal so, die, äh, der Grundbasis, äh, Wert, was ihr da so machen könntet bei der Schmiede. Bestenfalls, ähm, wenn ihr euch, äh, da richtig reinhängen wollt. Ähm, natürlich blau ist besser wie, ähm, wie grün oder wie, äh, grau. Allerdings gibt es da auch ein paar Teile, die unterschiedlich, äh, unterschiedlichen Wert irgendwie haben. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieses Schild hier zum Beispiel, Schild des Torwächers, eins der geilsten Ausrüstungsteile für Infanterie ist, die es überhaupt gibt. Ähm, Gesundheit ist das Wichtigste, was ihr bei einem Kommandanten pushen könnt. Das heißt, wenn ihr Ausrüstungsteile habt, die Gesundheit haben, die helfen eurem Kommandanten länger durchzuhalten. Ähm, wenn ihr jetzt solche Teile habt, die Verteidigung haben, sind auch sehr gut. Kann man auch nehmen. Zum Beispiel, das ist ein sehr, sehr gutes Teil für Kavaleriekommandanten. Ähm, es gehört zusätzlich zu einem Set aus zwei Teilen. Das Set aus zwei Teilen besteht einmal aus diesem, äh, Speer. Ich sag mal, das ist ein Speer. Und, dieser Hose hier. So, wenn ihr diese beiden Teile habt, dann kriegt ihr nochmal einen, äh, Kavalerieangriff von zwei Prozent dazu. Zudem sind beide Teile, die ihr da habt, ähm, für Infanterie ausgelegt. Könnt ihr jetzt hier nochmal auf das Set gehen. Da sehen wir das hier unten. Hier, Kavalerieverteidigung und für Kavaleriegesundheit. Angriff und Gesundheit. Diese beiden Teile sind, äh, super, mega. Wenn man jetzt bedenkt, man kann diese beiden Teile mit Kavalerie sehr gut mit diesem Set, äh, dem windgepeitschten Set kombinieren. Denn ihr habt einen Helm, eine Brust, einen Handschuh und Schuhe. Und ihr habt hier die Hose und hier die Waffe. Das sind sechs Teile, die als Set mega gut funktionieren. So, wenn ihr jetzt auf Infanterie geht, so wie ich das tue, dann, ähm, empfehle ich euch für die Waffe, dieses grüne Teil, dieses hier, was ich aktuell habe, für die Infanteriegesundheit. Das ist für den Anfang sehr, sehr gut, weil das halt, ähm, günstig ist und, ähm, es hilft sehr, sehr viel. Das hier ist aber ein Teil, was ihr ewig benutzen könnt. Wahrscheinlich auch noch, ähm, in einem Jahr oder je nachdem, wie lange ihr spielt. Wenn ihr auf die lilaen Teile geht, ähm, in der Zukunft, das, äh, ist dann wieder ein anderes Thema. Obwohl man dazu sagen muss, dass dieses Schwert hier zum Beispiel für Infanterie hat einen Angriffswert von 13%. Ich habe jetzt schon von vielen Leuten mitbekommen, die sich da sehr mit beschäftigen, dass, äh, teilweise diese Schild besser ist als dieses Schwert. Na, deswegen, man muss immer ein bisschen, ein bisschen gucken. Gesundheit hat einen sehr, sehr hohen Wert, ähm, ne, womit ihr dann arbeiten könnt und müsst. Zusätzlich haben wir natürlich bei Bogenschützen fehlt uns da die Hose. So, bei der Hose könnt ihr hier auf die von Infanterie Angriff gehen. Das Beste, was ihr aber kriegen könnt, ist diese Hose. So, auch für die Zukunft. Also, das ist, äh, einfach mega, diese Hose. Also, die kann man so, äh, gut einsetzen. Ist wieder, wie, wieder Infanterie Gesundheit. Die ist sogar teilweise besser als goldene Teile, ähm, die es da für Infanterie gibt. Und, äh, viele Profis nutzen diese auch. An diese Teile zu kommen, ist nicht so, ist nicht ganz so schwer. Ähm, die kann man immer mal wieder aus diesen Truhen ziehen. Die Materialien dafür zu sammeln, das ist schwierig. Und das hält euch meistens auch sehr, sehr lange auf. Fokussiert euch am Anfang immer darauf, dass ihr einen Kommandanten, am besten den Kommandanten, den ihr am meisten nutzt, ausrüstet. Denn diesen Kommandanten nutzt ihr dann immer am besten und, äh, der ist dann auch am stärksten von euch. Na, es bringt euch nichts mit fünf Leuten oder mit fünf Truppen aus dem Haus rauszugehen, ähm, Ähm, den mit so voll zu bekommen, weil ihr keine Kommandanten, weil ihr keine Ausrüstung habt oder weil ihr schlechte Ausrüstung habt oder gar keine, oder, oder einzelne Teile nur von der Ausrüstung. So, ähm, dann geht lieber mit einem Kommandanten raus, der stark ist und der eine gute Ausrüstung hat. So, ihr haut die Gegner weg, äh, reihenweise und, äh, euer Hospital füllt sich, äh, nur ganz, ganz langsam. Und ihr richtet dadurch ganz, ganz viel Schaden an. Ist viel, viel besser, glaubt es mir. So. Lassen wir wieder ausbilden. Ausgebildet habe ich jetzt auch einiges. Ich bin jetzt auch schon bei T3-Einheiten. Sehen wir hier. Die habe ich erforscht. Nachdem ihr die, ähm, das Rathaus auf Level 16 macht, müsst ihr natürlich die Akademie auf 16 machen. Und dort müsst ihr, ähm, T3 ausbilden hier. Das ist aber nicht so günstig. Wie ihr seht, 1,5 Millionen Gold. Das ist schon ein Äckchen. Na, was ihr da braucht. So, deswegen, ich habe das jetzt auch noch nicht gemacht. Ähm, ich muss ein bisschen, äh, haushalten mit meinen Ressourcen. Und muss auch ein bisschen weiterkommen, natürlich. Und dann wollen wir wieder heilen. Ansonsten, ähm, würde ich das versuchen, heute mal alles mal ein bisschen gekürzer zu halten. Äh, morgen um 14 Uhr, ähm, äh, 14 UTC. Ähm, man rechnet hier immer in UTC-Zeiten. Also, das solltet ihr immer tun. UTC seht ihr die Zeit oben rechts in der, äh, in der Ecke. Da seht ihr das Datum. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen besser zu erkennen. Das Datum, ähm, und ihr seht die UTC-Zeit. So, die UTC-Zeit, ähm, ist die, ähm, mitteleuropäische Zeit, glaube ich, heißt das. Ähm, ne, das ist, äh, so die Zeitzone hier auch in diesem Spiel. Man kann jetzt zu der aktuellen Zeit, wir haben jetzt Sommerzeit, ähm, dazu rechnen immer zwei Stunden, ähm, deutsche Zeit plus. Also, die deutsche Zeit ist zwei Stunden da, dem Ganzen voraus. Wenn wir jetzt, wenn die Uhr umgestellt wird, ähm, und wir in die Winterzeit gehen, ist das nur noch eine Stunde. Dann ist es also dann 19 Uhr deutsche Zeit, 19.13 Uhr in dem Fall. Na, jetzt haben wir es 20.13 Uhr, äh, 13, dass ihr Bescheid wisst. So, und diese Pässe öffnen, ähm, nein, die Pässe öffnen gar nicht, tut mir leid. Ähm, die Heiligtümer öffnen hier. Genau, so rum war das. Hier in 20 Stunden und 21 Minuten, ähm, und dann wird darum gekämpft. Ich werde euch davon ein Video machen, wie wir den erobern, ähm, und dann, äh, auch ein bisschen noch was dazu erklären. So, wir haben natürlich hier auch unsere Ziele, ähm, die wir hier erreichen wollen. Wie gesagt, ich möchte, äh, jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Wir haben hier mit, äh, einen deutschen Verbündeten noch dazu bekommen heute. Ähm, dann haben wir hier ebenfalls, äh, die, äh, unser ehemaliges Bündnis. Das wird aber höchstwahrscheinlich aufgelöst werden, ähm, weil wir versuchen wollen, das alles ein bisschen, ähm, beisammen zu halten. W, R, G, A ist ebenfalls hier unser Verbündeter. Und, ähm, ja, ansonsten stehen wir natürlich in, äh, Kontakt mit allen anderen, die hier in der Zone sind und mit denen wir, äh, verbündet sind natürlich ebenfalls. So, wir helfen natürlich jetzt auch, äh, unseren Verbündeten ihre Festung so schnell wie möglich zu bauen, ähm, ja, aber das, das dauert immer ein bisschen. Na, wir haben jetzt noch hier, ne, das ist falsch. Wo ist denn deren Festung? Hier unten. Dauert jetzt noch ein Tag, zwei Stunden. Wenn diese Festung komplett voll ist, ähm, geht das auch deutlich schneller. Allerdings kriegt man das am Anfang nicht hin. Ähm, wenn ihr eine Festung baut, solltet ihr wirklich gucken, dass ihr die meisten Truppen wirklich da reinschickt. Ihr habt jetzt gesehen, das sind zwei Truppen reingegangen. Und zack, ist die Zeit verkürzt auf 15 Stunden. Na, das macht schon verdammt viel aus. Deswegen, ähm, wenn ihr eine Festung baut, dann schaut, dass ihr wirklich, äh, so viele Truppen wie nur möglich dort reinstellt. So. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Und zwar, ich wurde jetzt häufiger gefragt, äh, welche Kultur ist für mich richtig, oder, ähm, was für Kommandanten soll ich auswählen, ähm, und so weiter und so fort. Ähm, wenn ihr hier auf die Kaserne geht, zum Beispiel, ähm, ich hab ja, ich hab mich jetzt entschieden, auf Bogenschützen zu gehen. Und ich geh jetzt hier drauf, auf die, ähm, hier sehe ich meine Truppenarten, die ich habe. Und dann habe ich hier dieses I. Ich geh nochmal zurück. Das I. Da geht ihr drauf. Und dann seht ihr hier, was ich für Attribute habe. Ich habe, ähm, Verteidigung, ähm, nein. Ich habe Gesundheit, 155, Verteidigung, 158 und Angriff, 163. Das ist der Grundbasiswert, den ich habe. Das Plus, was dahinter steht, das ist das, was ich durch, äh, gewisse Dinge, wie zum Beispiel Technologie, ähm, oder VIP-Level, also, da kommt jetzt bei mir noch aktuell nichts dazu. Das wird hier wahrscheinlich nur sein, dass, äh, meine Akademie, äh, was ich da geforscht habe, mit drin ist. Und, ähm, das war's. So, und das ist von, ähm, Kultur zu Kultur ist das unterschiedlich. Es gibt da verschiedene, ähm, Sachen, äh, verschiedene, ähm, Stärken. Und daran kann man sich halt dann orientieren. So, es gibt da auch ganze Listen. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, ob ich diese finde. Moment. Und da ist die, äh, ist es auch schon. Das ist aber jetzt auf T5, äh, Einheiten, ähm, und T4 Einheiten, ähm, ist das jetzt ausgelegt. Und auf Englisch. Ihr seht hier drunter jeweils immer den Namen. Und dann seht ihr, ähm, welche, welche, welche Stats die haben. Leider fehlt hier, fehlen hier die Wikinger. Ähm, ähm, soweit ich das, äh, sehe. Die Wikinger sind zum Beispiel für Infanterie, haben die bei allen Werten, sind die deutlich besser. Also Wikinger ist für Infanterie wirklich das Beste, was ihr haben könnt. Aber ihr seht hier, ähm, aber ihr seht hier, ähm, ATK ist, äh, Angriff, Def ist Verteidigung und Hield ist, ähm, Heilung, also ist, ähm, Gesundheit, Entschuldigung, sowas. Ne, ne, und daran könnt ihr euch so ein bisschen orientieren, äh, was das Beste ist. Wenn man das jetzt mal hier vergleicht, bei diesem Bild, das ich hier habe, seht ihr, dass, ähm, Rom und Frankreich das Beste so für Infanterie ist. Gucken wir uns das doch mal jetzt bei meinen Wikingern an. Das hier sind Wikinger T5, die ich hier habe. Und man sieht im Vergleich zu, ähm, der, zu den anderen, dass sie deutlich besser sind. Jetzt nicht unbedingt in jeder, ähm, Hinsicht, aber man muss dazu bedenken, was man halt noch dazu bekommt. Wenn ich mir jetzt die Kultur hier angucke. Wikinger, ihr bekommt einen erhöhten Angriff, einen Gegenangriffsschaden, plus 3% und eine Truppentraglast. Truppentraglast ist jetzt in der Regel nur wichtig für, ähm, wenn ihr sammeln geht. Ähm, das hilft euch jetzt nicht unbedingt in dem Kampf weiter. Bei Frankreich haben wir eine Truppengesundheit, beziehungsweise man muss das hier klassifizieren. Ähm, das ist natürlich für Infanterie der Angriff. Hier ist die Gesundheit für alle Truppen, die ihr habt. Also vollkommen egal, ob ihr Infanterie, äh, Kavalerie oder irgendwas in der Art habt. Ähm, Holzsammelgeschwindigkeit und eine Heilungsgeschwindigkeit im, ähm, Hospital ist in der Regel auch eine sehr, sehr gute Sache. Und man kann später halt auch darauf wechseln. Empfehle ich aber jetzt nicht unbedingt. So. Ihr seht jetzt zum Beispiel bei mir, das Wechseln der Kultur kostet 10.000 Gems. Ähm, ihr kriegt ab Level 10 einen, ähm, ähm, einen Kulturwechsel, womit ihr die Kultur wechseln könnt. Solltet ihr den schon verbraucht haben, habt ihr die Möglichkeit für 2 Millionen, äh, Silbercredits, einen Bündelsshop, äh, Shop zu bekommen. Ähm, dafür müssen die R4 oder R5 euch einen reinpacken in den Bündelsshop. Dann könnt ihr den kaufen. Hier haben wir das Gleiche nochmal von Kavalerie. Und zwar sehen wir hier, dass, ähm, wie heißt das? Byzantium, ähm, das ist Byzanz, glaube ich. Die, ähm, die Kultur die beste ist in der Regel für, ähm, Kavalerie. Allerdings liegen die hier halt alle auch sehr, sehr nah beieinander. Ähm, daher kann man immer so ein bisschen gucken, was man da am besten nimmt. Auch, äh, Deutschland, Spanien, ähm, die sind auch ganz gut mit dabei. Ähm, oder auch hier, ähm, Arabien, ne, da kann man halt überlegen, was man da am besten nimmt. Ich persönlich muss sagen, ähm, ich finde Deutschland halt immer noch am besten, weil du da halt, ähm, ähm, AP dazu bekommst. Also Aktionspunkte, äh, Geschwindigkeit. Das heißt, die füllen sich schneller wieder auf. Das hilft extrem weiter und ihr könnt halt schneller auch Truppen ausbilden. Von daher finde ich einfach hier, ähm, Deutschland am besten von, bei Kavalerie. So, dann haben wir hier noch die, äh, die Bogenschützen. Archer, finde ich ganz lustig. Otto Mann. Der Otto Mann ist am besten. Otto Mann ist das, äh, Osmanische Reich. Ähm, und hier kann man eigentlich auch wieder sehr, sehr gut sehen, dass, ähm, abgesehen von der, von der Verteidigung, ähm, und, ja, Britannien hat einen höheren Angriff. Ähm, Korea hat eine höhere Verteidigung. Und China hat, äh, ebenfalls eine höhere Verteidigung. Aber von der Gesundheit her ist, ähm, Otto Mann am besten. Ähm, und, äh, bei Bogenschützen kommt das extrem auf die Gesundheit an, weil die halt nicht lange durchhalten. Wenn ihr da ganz, ganz viel, ähm, Gesundheit drin habt in den Bogenschützen, dann haltet ihr da sehr, sehr gut durch. Zudem ist beim Osmanischen Reich, ähm, habt ihr dort einen Fähigkeitsschadensbonus. Und, ähm, die Bogenschützen, die machen, äh, die machen sehr, sehr viel, äh, Fähigkeitsschaden. Daher ist es extrem gut für euch. Unter anderem, na, ihr kriegt auch, glaube ich, noch entweder Gesundheit oder, äh, Verteidigung bei den Bogenschützen ebenfalls mit drauf. Also bei Osmanisches Reich. So, hier haben wir es nochmal. Also, erhöhte Bogenschützengesundheit um 5%, Marschtempo, äh, für, für alles um 5% und, äh, der aktive Fähigkeitsschaden, ähm, ebenfalls um 5%. Also, diese Kultur pusht einfach alles von euch, ähm, was, äh, alles von, was eure Truppen angeht. Na, auf dem Schlachtfeld, ihr seid dadurch schneller, ihr habt mehr Gesundheit, ihr macht mehr Schaden. Also für Bogenschützen ein absolutes Muss, in meinen Augen. So, und dann komme ich auch schon wieder zum Ende. Ähm, ich habe euch jetzt schon wieder eine halbe Stunde vollgelabert hier. Ähm, ich hoffe, ihr konntet jetzt wieder viel lernen, ähm, aus dem Ganzen. Und, gucken wir mal, ob wir hier noch was erstellen können. Ja, die Schuhe. Und dann würde ich die Schuhe auch jetzt einfach machen, einfach, um vielleicht ein bisschen Glück zu haben, weil ihr könnt dieses Spezialtalent auch beim allerersten Mal schmieden bekommen. Und da ist es auch schon. Jetzt müssen wir bedenken, wir haben hier, ähm, bei dem Teil, ähm, Bogenschützen, was Bogenschützen pusht. Falls ihr euch nicht sicher seid, was ihr da jetzt eigentlich gemacht habt, könnt ihr auch einmal darauf gehen, bevor ihr das bestätigt, seht ihr hier auch nochmal, ähm, Bogenschützenverteidigung, ähm, plus 2%. Da drunter seht ihr die Kommandanten, für die das, ähm, wichtig sein könnte. Na, das sind alles Bogenschützen hier. So. Wenn ich jetzt das hier auswähle, zum Beispiel, natürlich kriege ich den Boost auch dazu. Aber, da diese Kommandanten nichts mit Bogenschützen haben, oder, ähm, also wenn ich das jetzt jemand anderes gebe, jetzt, ne, ich gebe das jetzt zum Beispiel, ähm, ja, Ethel Fledder zum Beispiel. Die hat nichts mit Bogenschützen, die hat aber Führung. So, daher könnte ich ihr das auch geben, es würde ihr aber nichts bringen, weil sie nichts gepusht, äh, äh, bekommt für Bogenschützen oder für die Sammelgeschwindigkeit. Das heißt, es ist für sie absolut unnütz. So, oder Infanterie. Ich sehe hier natürlich die ganzen Kommandanten, auch, dass es da meine Bogenschützenverteidigung pusht. Aber wenn ich keine Bogenschützen mit dem Kommandanten mitschicke, dann pusht es auch nicht meine Bogenschützen. Welche denn? Ich habe ja gar keine. Na, deswegen, wir wenden jetzt hier die Bogenschützen aus. Und zack, habe ich jetzt ein Talent drauf. So, dann kann man hier direkt auch zu dem Kommandanten gehen und die, ähm, Fähigkeit einem Kommandanten hier geben. Denkt daran bitte, dass ihr die Ausrüstung nur für den ersten Kommandanten braucht. Ihr braucht die nicht für den zweiten Kommandanten. Die zählt bei euch im Kampf nicht mit. Und mein Kater meldet sich jetzt gerade auch. Möchte, dass ich fertig werde. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen noch ein paar Videos machen für euch. Ähm, da geht es dann eher um die einzelnen Kommandanten. Ähm, hab da schon ein paar Wünsche bekommen von dem einen oder anderen. Und dann werde ich euch ein bisschen mehr zu den Kommandanten sagen, mit wem die kombinierbar sind, ähm, und, und, und. Und ich freue mich natürlich dann, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ähm, ansonsten, morgen mache ich auch nochmal ein Video, wie wir dann, äh, das Heiligtum einnehmen. Damit ihr das auch nochmal sehen könnt. Ja, und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.